Hallo zusammen, hier ist Rugby. Ich versuche mir ein bisschen die Zeit zu vertreiben bis zur Pressekonferenz von Microsoft für die Gamescom dieses Jahr. Die kommt um 16 Uhr, also dachte ich mir, spiele ich noch eine Runde Pflanzen und Zombies. Diesmal Abschluss bestätigt, auf der Map Crash Course. Wer nehmen wir denn? Wir nehmen mal unseren Super-Kommando. Sally ist nicht da, die hat gerade Besuch von Freundinnen. Ist unten in ihrem Bereich. Spielt, so denke ich mal eine Runde auf der Video. So, dann geht's auf. Gucken wir mal, ob wir uns hier so ein paar Deppigugeln verdienen können. Können wir mal unsere Freunde von der pflanzlichen Sorte sehen. Auch lassen wir gleich drauf gehen. Okay, die hemmen natürlich wieder an hier. Ich versuche mich mal Kustchen von hinten anzuschleichen. Gucken wir mal hier, ob jemand zu sehen ist. Hier ist niemand zu sehen. Außer hier so ein Rehörer ist neben der Pfeil. Den haben wir jetzt, glaube ich, glaube ich. Unsicht. Sollen wir mal gucken. Ich sehe gerade überhaupt nicht. Das ist gerade nicht viel zu sehen. Opsala, da waren meine Freunde etwas schneller bei der Sonnenblume. So. Irgendwo jemand zu sehen. Hm. Ah, stopp. Einen Kollegen. Da ist nicht viel los hier auf der Map. Mal gucken hier, ob wir jemanden finden. 340 Zombies. Keine Pflanzen mehr raus. Irgendwo sollte da jemand sein. Niemand. Scheint ein bisschen wenig los zu sein. Irgendwo ist gar nichts. Darum ist irgendwo jemand. Und da. Das ist jetzt ein bisschen wenig los hier heute. Daneben. Oh, meine Kollegen hier mal wieder beleben. Und tschüss. Ja, ich komme mir hier auch noch irgendwo. Ein paar Pflänzeln an. Okay. Okay. Und dann noch die Pflänzeln an. Super. Naja. Okay. Sieht böse aus. Verrückte mich hin und wieder. Nee. Ich glaube, da muss ich mich selber. Okay. Okay. wieder beleben. Das war die Piste. Genau gerade. Das war die Piste. Genau gerade. Ja. Hier sind wir noch meine Kugel. Hier haben wir meine Kugel. Keine Achtung. Oh oh. Meine Freunde schleifen geht ja gar nicht. Kannst doch nicht einfach meine Freunde hauen. Ok, bin entschieden? Yes! Beide tot. Auch nicht schlecht. Kugel kriegen wir beide nicht. Ansonsten würde uns eine gelösen. Ok, gehen wir mal gucken. Hm. Ah, der will doch bestimmt. Kommen wir, kommen wir von der anderen Seite. So, genau. Ach, das war... Ein unnötiger Flug ins Nichts, aber wir können uns ja mal hier eine Kugel sichern. Mal gucken, da hinten ist die Sonnenblunge und ein Schnapper. Kann ich an den? Hey, ich hab die nicht getroffen. Ich hab die nicht getroffen. Ok, er will nicht. Ja. Oh, er konnte sich nicht gut genug eingreifen. Wir waren ein bisschen schneller, als der Kollege, der sich hier vergraben wollte. Hier haben wir... Hatten wir keine Hilfe von irgendwo? Kann schon sein, dass der Kollege da auch noch viel geschlagen hat. Ja, 25 zu 13. Sieht im Moment ganz gut aus. Hier den Kollegen mit der Armbrust habe ich gerade erst seit kurzem. Auf der Kolor-Futage ist der Armbrust. Cool. Das ist zumindest gehalten worden, so weiter. Hoppla. Abgeschott. Hier hab ich noch ein bisschen... Probleme. So nach vorne. Ich liebe die Sonne. 28. Ja, wo seid ihr? Da hinten sind zwar rein, aber... das kommt ja hinterm Haus, da kommt man so mit an, Opa la Kollege Aaaa, freundlich Was steht da oben? Ja, Kollege Aaaa, wo ist dieses geflügene Oberparale? Ja, wollte mich fressen Oh oh, eingeschweimt tot Hübsches, diamantenes Gesicht, hat der Kollege Aaaa, freundlich, freundlich Ich hab grad schon irgendwie unzufügen, mit meiner Leistung zu sein Er matzt die ganze Zeit Wenn wir gucken, ob wir was verbessern können Dann haben wir da hoch Könnten wir vielleicht den Kollegen noch hin? Äh, ja, ein ganzes Heer Stall voll Versammlung Große Der Hund hat sich da nicht rangegraben Oh, zack Ja, noch viermal 3-2 gegen Wie noch immer Wiederbelebt Nix Ein bisschen Verzögerung grad da drin Wackelt ein bisschen Alles Leichte Verbindungsprobleme grad Wackelt ein bisschen Wackelt ein bisschen Alles Leichte Verbindungsprobleme grad Wie noch mal Wie noch ein paar Wo sind die Leute Wo sind die Leute Nein, die Leute Ich hab's ja nicht Nein, das ist ja nicht Nein, das ist ja nicht Da ist ja nicht Da ist ja nicht Da ist ja nicht Ich bin zu Hause Die Leute Ich bin zu Hause Mal auf den Dach Da muss ich jemand drum Ich werde uns nicht hinkommen Au 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 Ich bin ja nicht irgendjemand Ich kann noch mal wackeln Gut Zum Glück etwas Hilfe Und Ende 30 zu 31 Kein schlechtes Spiel Bisschen was verdient haben wir auch Geguckt, dass wir was mit Levelaufstieg haben Haben wir natürlich nicht Schauen wir mal an Wieso die Statistiken sind Naja 10 Abschüsse 4 mal K.O. nur Kommt ganz gut Also Freunde Das war eine Runde Abschuss bestätigt Bei 4